und jetzt haben wir jetzt eine tür okay auf 412 was klarstellen es ist nicht die erste vier die du sagst okay auf 4 jetzt dachte ich dass du das leicht einfach was macht du cdu 1234 er soll er ist der raum es ist so schwer vernichtet jetzt nicht mehr vor nicht darum wo ich hängen geblieben ich würde jetzt gerne mal ganz kurz ich mache mal ganz kurz das gehe ich mal ins menü und guck mal ob ich diese Prozent video den könnten permanent anlassen kann irgendwie muss doch was geben oder Tastatur Maus gibt es nicht irgendwie eine allgemeine Einstellung Audio nicht Audio wenn dann muss es ja Video sein Stromschwung Bildschirmteilung Standard ja Bildschirmsteilung anti bla 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 da gibt es natürlich nicht ich muss die ganze Zeit Tab drücken wie so Bekloppte zurück verwerfen zurück so gut so wir haben wir brauchen wieder eine scheiß Diskette anscheinend such die Diskette such such da meinst du ne CD-ROM nein disk da diskette disk kette disk kette ja disk kette oh schön langsam kette sehr gut ihr habt die wertlosen Pläne gefunden aber du weißt was jetzt wieder passieren wird oder das ist natürlich auch sehr schön ne wir explodieren und sie spricht noch zu Ende und dann kommt auch direkt der Wartebildschirm der Ladebildschirm Entschuldigung ja 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 das ist großes Kino Inszenierung hoch drei ja das ist urscht krass urscht urscht ich sag dir das wird eines Tages wieder richtig beliebt das Wort ja das kommt immer das wird immer urscht groß wo Vertrauensbildung habe ich habe ich geschafft Alter ich weiß nicht Alter aber es gefällt mir nicht ich darf euch wohl nicht außerhalb offizieller Teststrecken lassen ihr nehmt schlechte menschliche Eigenschaften an und glaubt mehr Menschen haben nur eine gute Eigenschaft äh äh das ist so beschiss ja ich benutze den Befehl und du legst mich auseinander ne ich hab den vor dir benutzt ja aber ich hab ja nicht so oder ne ich glaub nicht ja doch hahaha guck mal da ist er da ist er in meine nicht verhandenen Nüsse wir sind aber jetzt ich glaube bei Zunspunkte 1725 achte die zählen zusammen die zählen zusammen die Punkte nochmal hier Portale Placierte Portale achso ganz schön viele aber auch ganz so drum schießen 4708 Schritte ich bin oh wir haben schon 1700 Punkte ich weiß nicht ob das gut ist oder schlecht ist wir werden es sehen so wo müssen wir jetzt hin die 3 ist jetzt offen ich bin wieder hoch äh wir kommen wieder hoch ähm hier oh da unten ist die 4 krass wir haben noch einen 4. Raum gibt es auch noch ja komm ähm ich glaube dass wir hier und dann da was was hä ach ja hier ist ein Sprungding auf einmal wollen wir da keiner oh danke bitte oh wir gehen jetzt bin ich mal gespannt Blutlicht Oberflächen ach du scheiße na mal gucken ich glaube jetzt könntest du ein bisschen mhm was bis jetzt war noch nichts mit mhm war alles relativ easy nur weil du mich geleitet hast du hast mich gefühlt ja ich hab dich durch die Dunkelheit mit meiner Taschenarmel geführt ja du hast es halt drauf kann ich auch nichts dafür du musst dich dafür nicht entschuldigen ich mach's aber ah mein Finger ich nehme deine Entschuldigung an danke diese Strecke wurde von den Menschen erschaffen und dann aufgegeben wie so oft schaffen sie etwas wundervolles und lassen es dann fallen das sieht scheiße aus das sieht wie bei mir zu Hause aus warum sie diese Strecke ausgaben so tödlich jetzt müssen wir gerade auslaufen es geht alles automatisch hier oh 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 ich bin fast runter gefallen das wär's ja wieder gewesen was denn los wir brauchen die noch ach so wir brauchen die noch warte 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 das war falsch das hab ich jetzt gerade falsch gemacht tötige Götigung ich muss das so machen aber ich dachte schon und dann ach so du kannst dann die nächste Brücke machen und hier hin da hin easy easy na das ging ja das ging ja das ging ja ganz schön flott easy gg 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 es ist eine sinnlosigkeit ach so genau genau spring hoch okay ich springe hoch ach barriere alter wo hast du den her ach 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 das hast du verdient so okay dann laufe ich mal irgendwo hin was ich dir geholfen habe interessant hm ich glaube ich hab keine ahnung wo du das jetzt mal hinsetzen musst ich muss das mal hier drauf drücken musst du nicht einfach da runter ne kann man ja gar nicht drauf drücken hier ich brauche ist hier irgendwo ein bist du nicht dumm du bist ganz schön dumm ähm muss hier nicht irgendwo ein Scheiter sein na hier ist irgendwas ach da ist ein Scheiter wo da ist einer ja da komme ich jetzt nicht mehr so leicht hin also da mhm dann warte au ich muss erstmal die barriere weg machen da ist ein Schalter hä lalala und jetzt fällt bestimmt was runter komm zu uns schneide ich an so das muss jetzt irgendwie zu mir wieder hoch ja genau so so ungefähr warte ich nehme die ab komm spring hoch geht ne geht nicht hat er sich seitlich vorbeispringen ja komm ja kommts drück ihn durch ah es klappt nicht doch danke du schaffst das so ich hab's geschafft zusammen sind wir stark mit ich gebe euch einen tipp es ist die eine sache die ihr nicht können äh wo wird denn das ding hergestellt die Brücke da oben ne ich äh ich glaube ich krieg das hin was auch ne ne ich spring einfach los ne krieg nicht hin spring 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 so willst du dich jetzt ich fühl mich so hehehe na komm lecker achja was ist los hä willst du auch so zu fressen da komm doch rein hoch na scheiße du Affe so tschüssi ich hab dich auseinander ich nehm dich auseinander meine ich sag mal Kledos ist jetzt eigentlich die kann die ist ziemlich froh jetzt oder die kann jetzt bis und die Unendlichkeit mit uns Tests machen und muss keine Menschen mehr dafür opfern naja wir sind ja nicht menschlich oder naja deswegen ja ich hoffe diese alten Tests können wir sind doch Roboter doch selbst euer angestrengtes Versagen beglückt mich nicht hehehe 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 ja der wird nie alt ne der wird nie alt das kann ich Jahre machen hehehe hehehe vielleicht mach ich so willst du vielleicht über die Brücke gehen hehehe NEIN du darfst gerne vorgehen hehehe geh vor hehehe geh vor geh vor komm was ist denn da um die Ecke hehehe hehehe scheiße du Arschgesicht du bist dein Arschgesicht hehehe 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 warte ne ist ja dein Portal mach du genau genau so und jetzt musst du da eins hinsetzen ach so ach so warte 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 auf mich komm zurück komm zurück komm zurück na los na los na los wunderschön das ist so wunderschön das ist so wunderschöön warte Ja und nach oben aha sehr schön las go on So, was haben wir denn hier alles kaputt? Äh, endlich. Äh, ich muss das noch hören. Warte, warte, komm mit. Komm mit, komm mit. Ne, warte mal kurz. Wir müssen erstmal wieder hier runter. Warte? Kommst du? Bist du bei mir? Ja, komm da oben. One moment in time. Du kannst gut singen, Alex. Möchtest du uns hier etwas vorsingen? Was soll ich das machen? Ah, danke. Aber wir versagen noch gar nicht. Wir schaffen das doch gar nicht. Ja, eigentlich waren wir ganz gut, oder? Ja. Ich fand mich gut. Ich fand mich auch gut. High five. Ich würde sogar sagen, ich fand mich besser als dich. Das glaube ich eher weniger. Wie saß du eigentlich hinter deinem Arsch orange? Hinter deinem... Entschuldigung. Hinter meinem Arsch orange. Ist egal. Ja, ist auf jeden Fall... Pflanzen nicht testen. Wir haben es versucht. Pflanzen! Böse! Höee! Schalter drücken! Und fährt ins Wasser. Weißt du wohl? Ich seh's noch nicht mal wo. Ach da. Ich glaube, wenn, dann muss... Du kannst da ein Portal machen. Oder ich mach da ein Portal. So ungefähr. Dann drück ich da drauf und dann fang ich das Ding auf. Oder auch nicht. Das geht nicht so weit weg. Ne, dann müssen wir mit Lichtbrücke arbeiten. Machen wir Lichtbrücke. So. Weil die auch überhaupt nicht dafür gedacht ist, na? Nö. Falsche Lichtbrücke. Machen wir da hin. So. Kann ich auch an diesem Prozess teilnehmen? Ja, drück mal den Knopf. Das wär nicht schlecht. Okay. Dann kann ich auffangen und so. Und schaff ich, schaff ich, schaff ich, schaff ich. Ja, ich hab's. So und jetzt? Sehr gut. Ähm. Lichtbrücke oben. Komm her. Ja, ich bin da. Okay. Ähm. Ja. Ich glaube... Ich nehm den erstmal und dann... Was? Was war denn das jetzt? Ich hab... Oh ja, ich wollte den wieder wegnehmen und dann hab ich den Knopf gedrückt. Warum glaubst du mir den überhaupt? Du musst Portale setzen. Ja, aber ich komm doch nicht an das Portal ran. Das ist ja gerade das Problem, das ist die Krux. Achso, ich muss ja drücken, na? Wäre nicht schlecht. Kannst du mal machen, ja? Kannst du mal machen. Ja. Okay. Hast du. Gut. Hab ich. Wenn ich, muss jetzt, lass mich mal vorbei hier. Ja, na klar. Kannst alles machen, was du willst. Außer mit meinem Ball klauen. Setz hier ein Portal hin. Und dann setz mal hier eins hin. Oh, gehst... Ah. Ich dachte, du wärst schon wieder in die Pool reingerannt. Weißt schon wieder? Ich bin doch nicht einmal reingerannt. Das machst du dauernd, das ist dein Ding. Das machst du dauernd, das ist dein Ding. Nicht mit Absicht, zumindest. Hier, ich muss hier stehen, du musst da drüben stehen. Da musst du... Fuck you. Du musst du mich verindrucken. In die Schresse. Wenn ihr das nie wieder macht. So. So ist sie, die Kleine. Alta, ein leerer Raum. Alta, genau in die Suppe reingelaufen. Da darfst du nicht hin, da darfst du nicht hin. Da darfst du nicht hin. Das ist gefährlich. Oh, was ist, wenn ich hier rein springen? Du... Nee, 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 nee. So was mache ich im Normalfall nicht mit Absicht. Ah, das ist gut. Mach nochmal mit Absicht. Halt mich auf hier oben. Hier ungefähr. Ja, aber dann... Und dann setzt du das Portal wieder unten hin. Ganz schnell. Wieso setzt du nicht einfach hier ein Portal hin? Nee, du setzt jetzt da eins hin. Ja, mache ich. Ach so. Also eigentlich das Lichtbrückenportal. Ja. So. Und dann, wenn ich dagegen geklatscht bin... Ah, okay. Ja. Wenn ich dagegen geklatscht bin... Ich komme zurück. Ist ja kein Problem. Können wir ja alles machen. So. Diesmal. Bist du ready? Bist du ready? Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Nein! Ich dachte mir grad so, wenn der von hier ausschießen würde, würde es funktionieren. Aber sie rett dagegen. Komm, du schaffst das, komm. Okay, okay. Ready, ready? Ja. Ich glaube, das funktioniert so. Nein! Hä? Ich habe es jetzt mal sehr, sehr gut gesetzt. Ja, warte mal. Ich glaube, das müssen wir von der anderen Seite machen. Ja, geh mal rüber. Das müssen wir von der anderen Seite, glaube ich, machen. Ah. Oder? Okay. Und ich mache jetzt mal hier. Nee, ich mache das. Wir kriegen das dann. Pass auf, hier oben. Bam. Okay, ich bin ready. Ich bin ready. Und? Nee, ich springe vorbei, wenn ich das mache. Nee, ich springe vorbei. Dann setze ich das. Warte, 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 warte. So. Ja. Ja, irgendwie schon. Okay. Bist du ready? Und? Ja. Klatsch! Boom! Yeah! Boom, yeah! So, jetzt mache ich so. Was haben wir jetzt damit überhaupt erreichen? America! Fuck yeah! Ach so, da hoch wollten wir. Ah, okay. Wo wollten wir? Ja, warte, ich mache. So, dann gehe ich da rüber. So. Und dann nicht da, dann kannst du dich verpissen. Tschüssi! Was ist mit mir? Ja, du musst jetzt auch noch mal wieder hochkommen. Ähm. Ähm. Gleiche Methode. Ähm. Ach so, ja, genau. Aber wie? Was? Du musst durch. Nee. Hä? Ähm. Warte. Nee, warte, natürlich, warte. Warte, ich kann's doch so machen. Ich kann doch hier drauf gehen und dann kann ich so, so setzen. Jetzt kannst du hier, warte, warte. Warte. Machen wir so. Jetzt kannst du. Und wie kommst du dann da wieder hoch? Naja, ich bin mit dem gleichen. Genau wie ich war eben auch. Ach so. Ah. Malala. Wir sind so klug. Wir sind so intelligent. Kalug. Ah. Sehr gut. Menschen würden jetzt eine Belohnung für den Status des Tests hauen. Die Kuchen wäre nicht schlecht. Für einen Test. Zumindest wollten die Pflanzen keine Belohnung. Ja, die sind ja auch ein bisschen anders. Immer die Pflanzen, ne? Die werden immer bevorzugt, weil die so ruhig sind. Und... Einfach nur so chillen die ganze Zeit. Ist da jemand müde? Ein bisschen? Also müssen wir... Ist es dir sofort aufgefallen? Ja, wir müssen natürlich nicht alles komplett auf einmal durchspielen, ne? So ist es nicht. Also kannst du, wenn du mal Pause haben willst, komm auch mal so. Ja, so spät ist ja noch nicht. Er ist extrem leicht. Folgt einfach den Fallen. Vier von acht. Aha, okay. Ist ja erst um vier. Einfach... Was? Schon um vier? Ja, erst mal ein Schatz. Du willst dich doch echt verarschen. Viel Glück. Ah. Es gibt keine Pfeile mehr. Oh, danke. Du hast es sofort... Hey, du hast es sofort gereiht. Und jetzt? Was mach ich jetzt? Jetzt bin ich hier oben? Dann gehst du hoch. Du läufst da durch. Und dann gehst du hoch. Hä? Und dann guckst du, was da hinten ist? Okay. Ja, ich war grad irgendwie... Stand ich hier ein bisschen auf dem Schlauch. Ah, dann kann ich dann sowas machen. Ah. Ah. Ja, und dann bin ich hier. Und dann... Wuuuh. Krass. Oh, da ist Wasser. Oh. Und wie komme ich da jetzt hin? Das weiß ich noch nicht genau. Auf jeden Fall ist hier das Ende. Du musst jetzt irgendwie da hochkommen. Genau so. So machen wir das. Ahhhh. Ich schieße da was hin. Du kannst alles schaffen. Ich kann alles schaffen. Ah. No. Genau. Okay. Was machst denn du? Jetzt hast du mein Portal geweckt. Ich hab das falsche gedrückt. Nein. Was machst du? Lass mich doch einfach schießen. Okay. Du kannst alles machen. Und jetzt machen wir das nämlich so. Und dann kommst du zu mir. Yeah. Rückwärts. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Das ist mein Style. Und jetzt so? Jetzt ähm. Tanzen wir noch ein bisschen. Achso. Wir müssen hier lang. Mutter wir winken. Das ist mein Schatz. Ihr wisst, dass ich nicht zurückwinken kann. Nein. Da lacht er. Da lacht er. Da lache ich ja. Ja. Tanzen ist keine Wissenschaft. Doch. Lichtbögen sind so lustig. Ich kann alles schaffen. Ich kann alles schaffen. Zeig mir wo du's her hast. Ich weiß es. Einfach. Oder so. Hm. Juuu. Pfff.